Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 11. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1183, 63, mein Gott, mit den folgenden Themen. Tab to Pay, Apple Classic, Apple Books, RealityOS, Tesla und Jurassic World in der dritten Version. Ich starte gleich mit Tab to Pay. Erst gerade in der letzten oder vorletzten Woche kam ein Gerücht von Bloomberg um die Welt herumgekrochen. Wobei es darum ging, dass man in Zukunft bei Apple vielleicht direkt das Smartphone, also Apple Pay und oder eine Karte, so etwas Digitales, sprich Analoges an das iPhone, also eine Mastercard, eine Visa Card ans iPhone halten kann und das dann als Bezahlterminal fungieren könnte. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet, denn Apple hat selber eine Pressemitteilung rausgehauen, wo sie das vorgestellt haben. Zumindest angesprochen, es kommt later this year, heisst Tab to Pay und bietet ihm die Möglichkeit, dass man mit der Watch, mit dem iPhone, ein anderes iPhone halten kann und somit Geld auf das Konto eines anderen übergeben kann. Für Handellösungen, ob das auch im Privaten kommt, glaube ich eher weniger. Da gäbe es ja Apple Cash für die Möglichkeit, obwohl ich das auch nicht unschön fänden würde. Klar ist, Apple bietet eine SDK an, die kommt oder soll pünktlich zur WWDC kommen und dann eben auch later this year dann erste Lösungen. Leider erst in den Staaten. Ich hoffe, dass das bald auch bei uns dann einschleigen wird. Im letzten Jahr, ich habe berichtet, im Sommer hat Apple die Firma Primephonic übernommen. Ein Streamingdienst, der sich auf klassische Musik fokussiert hat. Und damals hat Apple gesagt, man möchte das Ganze bei sich integrieren in Apple Music und oder das sogar in eine eigene App, in einen eigenen Dienst reinbinden. Bis anhin wusste man nicht, was wirklich draus wird. Aktuell und ganz wichtig sind Gerüchte. Soll das Ganze Apple Classical heissen, das verrät zumindest das Widget der Android-App, wo das schon mal ein bisschen durchgeblickt ist. Ja, wir werden sehen, ob es und wie es kommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Auch neu soll es bald geben, denn Apple Books Buchclub. Man hat die Möglichkeit, bei Apple Bücher jetzt einem Buchclub quasi beizutreten. Und da kommt nicht das normale Kurationsteam vom Apple Buchabteilung zum Zuge. Nee, da kommt eine Persönlichkeit aus dem Kanadischen, der George Strombo. Sagt mir jetzt gerade nichts. Strombo-Po-Po-Po-List selber. Der möchte nämlich euch erzählen, was es da draussen für tolle und schöne Bücher gibt. Entstanden ist die Idee aus Corona, also ja, in der Pandemiezeit, während Lockdowns etc. Und ist natürlich auch ausbaufähig. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier Deutschland, Schweiz, Österreich, also im deutschsprachigen Raum vielleicht bald sehen, der da mit Bücherempfehlungen rumhantieren wird. Und dann geht es nochmals weiter mit Gerüchten. Und ich weiss, ich mache das eigentlich ungern, aber ich glaube, da in die Richtung werden wir sicherlich bald was sehen. Was ist jetzt aufgetaucht? Ein Hinweis auf das kommende, nächste Apple-Betriebssystem. Nee, nicht fürs Auto und für den Fernsehen haben wir es ja schon, also für die Apple TV. Nee, es hört auf den Namen Reality OS. Und dann könnt ihr euch denken, in welche Richtung das geht. Genau, in eine AR-VR-Lösung, Headset, Brille, was auch immer. Denn da irgendwann kommen wird, wir vom Geek Talk News Team haben schon mehrfach darüber gesprochen. Vor ein, zwei Jahren werden wir da wahrscheinlich nicht sehen, was wir auch kaufen können. Aber dahingehend muss natürlich auch fleissig entwickelt werden. Wir werden es sehen. Die WWDC naht in grossen Schritten. Es ist ja schon bald Sommer irgendwie, glaube ich. Tesla und Deutschland. Ja, diese Fabrik in Brandenburg wäre ja eigentlich grundsätzlich schon fertig, also so, dass Tesla schon produzieren würde. Wir haben auch schon berichtet von der Eröffnungsfeier und allem drum und dran. Aktuell gibt es nur noch ein paar kleine Geschichten, wie das mit den Chemikalien und Sicherheitsvorherkehrungen umgehen kann, weil da sind noch ein paar Genehmigungsprozesse am Laufen. Unter anderem ist nicht nur das langsame deutsche Behördentum schuld, sondern auch Tesla selber. Die haben nämlich immer mal wieder während des Bauvorgangs neue Daten geliefert. Mal war es ein bisschen wehren, mal ein bisschen weniger, dann war der Tank plötzlich grösser etc. Und solche Dinge gehen natürlich in Europa weniger als in den Staaten. Und zu guter Letzt habe ich euch einen kleinen Ausblick. Auch hier wieder auf den Sommer, genauer gesagt auf den Juni. Und das ist ein Kino-Trailer. Warum bringe ich das jetzt? Ja, weil da ganz viel Computer-Power dahinter steckt. Da wurde ganz viel, wenn nicht fast der ganze Film im Greenscreen gedreht wahrscheinlich. Es geht um Jurassic World und zwar der dritte Teil. Ein neues Zeitalter und oder das Ende der ganzen Serie. Wie auch immer, die Dinos sind nicht mehr nur auf irgendeiner Insel oder einer zweiten Insel gelandet. Nee, sie scheinen zumindest auch überall, wo sonst Menschen sind, gelandet zu sein. Und der Mensch versucht mit ihnen zu leben. Zumindest wie das dann auch funktioniert. Das ein bisschen verrät zumindest schon mal der Trailer. Ich freue mich darauf. Vor allem, weil ich gerade in der letzten Woche mit meinen beiden grossen Mädels das erste Mal den ersten Jurassic Park geschaut habe. Jetzt geht es im Schritttempo von einem zum nächsten. Ich freue mich da schon. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Die Woche ist zu Ende. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Sauthor wieder Gl Ricbsi.